weiter geht's wir machen noch mal drachen ist wir machen noch mal drachen ist schwein so und wir haben es mal wieder fast um zwei halb zwei und ja jetzt muss ich dir ihn noch wieso neues wir machen immer noch weiter wieso wir machen nebenquests und ersten tun wir auch nebenbei noch trainieren ja weil du genau so ein fauler sagt was die quest mal richtig zu machen ich habe sie nämlich gemacht in der reihenfolge irgendwie sehe ich cooler aus mit dem mit den avatar zeug ach quatsch ich habe kreuzritter zeug hier ja du hast zum schluss am kreuz genagelt es sieht aus wie so ein saarkist das teile es sieht aus wie ein kreuz an dem jesus festgenagelt wurde jetzt war er nie weiß also alle die sich rechnen wollen mir fällt gerade was ein ich habe den ton aus na du hörst mich und die hören mich auch aber ich habe den ton vom spiel aus habe ich nicht vorhin ausgemacht weil es hat bloß immer pip pip pipi gemacht egal es geht weiter jetzt ist mein freund phoenix erhalten oh gott na so und zack drauf weg ist er es gibt gleich hagel oh ja und alle menschen wo waren alle viecher die hier rumlungern heute kommt riesen hagel die so groß sind wie tennisbälle so und tschüss oh es hakelt schon wieder leute leute bum 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 tja scheiß karma und tschüss wunderbar und die tür bäm und wir laden noch mal auf kurz oder laden nach aufladen noch drei weitere räume haben wir dann und dann haben wir den boss wieder mal schau kann seine freundin aufladen ohne scheiß der arme ist nämlich mit eeve zusammen und eeve ist ein nasot den kann er aufladen oh man finde ich ein bisschen dumme idee aber gut für eeve hätte ich auch noch ein nasot den normalen menschen jetzt ist ein nasot viel geklöss vett witte seien joh du 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 Und es hagelt. Und ein Feuersturm trifft auch nochmal die Gegner. Jansat. Puff. Mann, setz doch mal ein. Ich hab doch das Mana, du Pfeife. Bäm. War zwar die falsche Fähigkeit, aber... So, wie er da... Was? Ja, muss der Nase putzen, ich guck nicht, dass ihr das hören wolltet. Ja, Mann. Oh Mann. Wollt ihr denken, ein Elefant ist in meinem... Hagell, äh, ne, doch nie. Jo, Hagell, äh, doch nicht. Erdbeben. Gar nichts. Ne, sah aus wie Erdbeben. Mach mal. Kann ich den doch jetzt wegblästen. Und Bäm. Hagell. Für diese zwei nimmst du jetzt Hagell. Das waren drei. Oh, ganz hart. Für den hier hätte ich Hagell genommen. Ah. Ah. Jetzt auch nicht mehr. Das ist echt Experte? Ja. Krank. Wir sind einfach schon zu gut gelöhnt. Nicht nur gut gelöhnt. Erholungstrank? Wofür das? Ich hätte schon die Hälfte der Energie weniger. Und deswegen nutzt du... Oh Gott. Ja. Ich denke, da bin ich hinterhergeschmissen. Mal ehrlich. So. Kannst mal aufgeben. das war die falsche Fähigkeit. Ach ehrlich? tremel Bäm. Ja. Der Junge ist schon tot. Er ist doch schon tot. Himbe. Ich habe nur darauf geachtet, was du alles eingesammelt hast. einsammeln darf ich gut dran wie du weißt abkassieren ich sag nur krähe ich habe mal dreht gekriegt naja sonst krieg ich die ja immer so was muss jetzt machen jetzt erstmal die ganzen sachen muss man das kaufen ok jetzt kann ich sogar das vieh wieder füttern so jetzt kommt trommelwirbel nix sprich mit survey im moment wir können das machen jetzt was das denn wahrscheinlich kommt jetzt das hast du ihr schon lange machen wolltest bergwerk mäßig nicht den quest habe ich noch nie gekriegt bis jetzt aber wollte schon lange machen also können wir auch gleich hin jetzt muss man schnell das pet fettern schmatz schmatz ok der war ich mal kurz weg da 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 verena toll bohmer gar nicht wunderbar und nächstes level kriegen wir was neues herr stapler der wunderbar schwarze bewahrung schwarze bewahrung so 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 Ok, mal gucken. Steam kann ich ja laufen lassen, denke ich. Labber mit soll weg. Soll weg, sie soll weg. Was willst du von mir? Du willst mir ne Hose schenken. Geil. Ich nö. Lärmbelästigung heißt? Ok, 2, 3, 2, 4. Glückwunsch, du darfst jetzt zum Bergwerk. 5, ne 3, ooooh. 4. Wieder 3. So. Wunderbar. 5. Christen bis da, kann ich ja mal gucken, ob jemand Interesse an unsere Gilde hat. Und sich da angewählt hat. Ich denke mal, ist schon zu spät gewesen, jo. Ich hätt's am Tag machen müssen. Egal. Ok, unsere Belebungssteine sind weg, wir haben aber wenigstens schon mal 5 und 4 gekriegt. Bei den schon 5, bei den Hand schon 4. Und na bang. Wie viele Wiederbelebungssteine hast du? Wieder Belebungssteine? Ja. Äh, warte. Noch 38. Ich hab 63. Ja, du hast ja auch Schüler gehabt, zwischenzeitlich mal. Mal, Alter, ich hab mir jetzt 11. Obwohl, ich werd jetzt mal schnell ein paar Schüler holen. Okay. Okay. Ja, jetzt, so spät kommt keiner mehr. Kann's so knicken. Okay, lass ich es. Ich hab das auch schon versucht gehabt. Nö, da kommt nichts. Und wenn mal jemand kommt, dann will er nicht. Tja, da musst du halt überzeugen. Hey, Süßigkeiten. Was hast du als nächstes ein Quest jetzt? Ähm, Lärmbelästigung heißt, ähm, Bergberg. So. Da wolltest du jetzt sowieso hin, von daher. Entschuldigung. Guck. Ich frag mich, warum ich den Quest noch nicht hab, ein Epic Quest. Sag dich doch erst nach. Erst nach Pater. So, okay. Das heißt, ihr werdet das jetzt auch nochmal sehen. Später. Oh. Naja. Guck mal. Ich hab jetzt komplett die Nebenquests, die ich erfüllen kann. Äh, ich hab 2,3 Kater. Schon wieder. Ich weiß nicht, wo hin mit deinem Scheiß. So. Schon 3 Schrauben. Wunderbar. 4 Schrauben. Schrottsammler. Nö, ist ein Quest. Du Schrottsammler. Nö, ist ein Quest. Ja und? Du sammelst Schrott. Ja und? Ja und? Du gehst nicht einer vom Baumarkt und kaufst dir Schrauben. Und Hagel. Und wegge... Zwei Muttern und 2 Schrauben jeweils. So. Und zack. Und zack. Und zack. Und zack. Auf den Gegner her. Ach, die Schraube. Ach, die Schraube. Das ist mein Talent. Neunte Schraube. Was? Talent? Ja. Diese... Diese Nasezieher, diese... Schraube 10 und Mutter 4. Boah, diese Wagen rumschieben, na. Ohne Verletzung gekillt. Oh mein Gott. Ich weiß. Das ist... Hammer. Langweilig. Arschloch. Ich schwör. Wir machen PvP und das wird dann YouTube gestellt. Nö. Alter. Fünfte Mutter. Ich meine, ich kann auch mit meinen Schrauben hier gegen deinen Ellsport. Nö. Warum nicht? Kein Bock. Ich hab keinen Bock dich zu planieren. Aber, Junge. Nö. Deswegen bestimmt ne. Aber... Ich hab kein... Ich hab das Kombo-Problem und aus diesem Grund schon mal nicht. Digger. Nicht dein Ernst gewesen jetzt. Was? Was denn? Wofür war der? Ich wollte den weg haben. Der Kill. Schade. Außerdem hab ich den falschen. Ich hab gedacht, das ist der Boss gewesen dort oben. Was? So ein kleiner Boss? Ja. Halleluja. So, ab jetzt fängt es an Spaß zu machen bei mir. Oh mein Gott. Ich hab 10 Schrauben und 6 Muttern. Läu. Läu. Aber ich frag mich warum ich noch kein Epic Quest hab. Kommt erst nach Peter. So. Du hast ja auch noch nie alles in Peter. Ja. Nicht alles. Aber da hab ich mein Epic auch schon durch. Kann man kurz da einen Job lassen. Ja. Und dann kann ich das Backpacking nämlich nochmal machen. Toll. Ja. Ich geh auch immer aufs falsche Fenster statt aufs Quest geh ich auf den Shop. So. Da haben wir erstmal keine neuen. Wollen wir da nochmal Peter machen? Ich mach jetzt erstmal meine Epics. Ja. Sonst sind wir ja immer unsynchron und haben nie immer die gleichen Quests. Haben wir sonst auch nie. Ja. Wieso. So sind wir aber schon fast synchron. Wir haben ja fast das gleiche Level. Ah. Ich hab ja 30. Jetzt kenn ich ja. Die Würfelchen öffnen. Jetzt hab ich ne neue Buffer. Na. Ich muss noch warten. Eroberer Kanonen. Ich muss noch äh 80% kriegen. Würfel mit Fertigkeit. Wurzeln. Zwei. Wurzeln. Wurzeln. Tamen. Aha. So. Zwei. Zuwei. 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 Auf Wiederseite. Ich würd's zur Augen, wir machen gleich weiter.